so leute ist ja titan vorbilder schatten fast pilot schafft jetzt mal spielen irgendwie versuchen etwas zu reißen ja muss ein bisschen angewöhnen da muss ich gerade auf dem dach drauf mal gucken muss aber dann viele leute sind echt ich bin gerade am arsch der welt nix gut hier kann man sich ganz entlegen ja irgendwo schon wo bekämpft ihr euch denn alle das wird schwer trick zu schotten trickshot machen wow komm ich komme doch normalerweise sonst hoch heute welche nicht hoch ist alter bin ich schlecht gleich schon meinen titan gerufen ich bin einmal gestorben und sechs pilz schon gemacht ja und ich verpiste also bin ich nicht so gut bei dir ich spiele auch hier mit einer pistel alter mit einer scharfschützen hast du einen titan gerufen oh junge zwei beiden verdammt gegnerisch oder was ja weg alter ich bin ich blind oder sehe ich einfach gar keine ich bin ich nicht nur habe ich bin mir erster ich bin ich blind oder weil sie mal welche sind auch ich bin ich mir scharf schütziger wäre das ist ich bin ich blind oder ich habe meinen titan rufen hat man schon gerufen ich glaube sniper spiel ich nicht so ich wollte das hier gerade nur spielen damit dinge da ich alle waffen auf voll habe ich noch in deinem tank der ist automatisch im titan deshalb jetzt auch kaputt von wo kommt er denn naja stellt die waffe nehme ich auch mal wieder ja alter geht doch vorbei ich das hasse wie die langsame aber ich habe der sniper rum alter dieses stück hat so schlecht ja was sollte ich anders machen hatte ich war im gegnerischen teil gelandet nein ich meine die sind so schlecht hier alter ich schweb das sniper alter bin ich ganz unten mann den können die mich aber alter der wahl ist gerade so ganz spontan schießt sich mit der sniper einfach ganz bald drauf nicht anvisiert ich war das ich will ja ich bin der gerade ein video zusammen schneiden um auf dem gewinnspiel teilzunehmen weil ich bald werde ich mir wieder pc kaufen und da spart etwas an geld ich die grafikkarte gewinnen würde die wahrscheinlichkeit ist ja zwar ziemlich hoch aber man weiß ja nie so wo 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 von dem ich lange krisen verlieren wir verlieren nee sagt bloß aber ich habe gerade über das skd verdammt ich auch nicht weil ich gerade hier ein bisschen am snapper umspielen bin macht zwar spaß aber man stirbt halt oft in meinem tank mit einem schaden für oh mein gott es gibt so schlaue leute was da hat jemand kraft maschinen da hatte grad jemand maschinengewehr mit dings da ich bin hier und stimmt die alle weg ich habe mich da mal ich will die von hier alle weg snippen und hier welche sehen würde ich bin ich bin doch schon weg thomas ich bin tot nein nein ich meine ich bin fast nicht gekommen junge und der einzige überlebt hat ich will zwei kills das ist man nicht für zwei geile schafften gewehr machen bei dem video und dann kann man gucken aber das fand sich das war es jetzt wieder mit der aufnahme und ich hab mir ganz kurz wie viel erfahrung steuer ich bekomme die runde war scheiße und wie viel erfahrung hast du bekommen 1800 aber mir fehlte noch voll wenig 1800 2800 alter wichtig bist du denn ja gut ich habe ja auch ein paar challenges gewonnen ich glaube ich in meinem scharf schützengewehr was machen aber nicht kann ich nicht aber das war's mit der folge bis zum nächsten mal tschüss maths hit 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 hit